Hallo liebe Märchenfreunde, ich freue mich wie immer, dass ihr bei mir hereinschaut. Heute zum 3. November habe ich eine kurze Geschichte aus Deutschland für euch. Vom Kätzchen und den Stricknadeln. Und die geht so. Es war einmal eine arme Frau. Die ging in den Wald, um Holz zu lesen. Als sie mit ihrer Bürde auf dem Rückwege war, sah sie ein krankes Kätzchen hinter einem Zaun liegen, das kläglich schrie. Die arme Frau nahm es mitleidig in ihre Schürze und trug es nach Hause. Auf dem Wege kamen ihre beiden Kinder ihr entgegen. Und als sie sahen, dass die Mutter etwas trug, fragten sie, Mutter, was hast du da? Und wollten gleich das Kätzchen haben. Aber die Frau gab den Kindern das Kätzchen nicht, aus Sorge, sie möchten es quälen. Sondern sie legte es zu Hause auf alte Kleider und gab ihnen Milch zu trinken. Als das Kätzchen sich gelabt hatte und wieder gesund war, da war es mit einem Male fort und verschwunden. Nach einiger Zeit ging die arme Frau wieder in den Wald. Und als sie mit ihrer Bürde Holz auf dem Rückwege zu der Stelle kam, wo das kranke Kätzchen gelegen hatte, da stand eine vornehme Dame dort und warf ihr fünf Stricknadeln in die Schürze. Die Frau wusste nicht recht, was sie denken sollte. Die absonderliche Gabe schien ihr gar zu gering. Doch nahm sie die fünf Stricknadeln mit nach Hause und legte sie des Abends auf den Tisch. Aber als die Frau des anderen Morgens aufgestanden war, da lagen ein paar neue, fertig gestrickte Strümpfe auf dem Tisch. Das wunderte die Frau über alle Maßen. Am nächsten Abend legte sie die Nadeln wieder auf den Tisch. Und am Morgen lagen neue Strümpfe da. Jetzt merkte sie, dass ihr zum Dank für ihr Mitleid mit dem kranken Kätzchen diese fleißigen Nadeln beschert waren. Und sie ließ dieselben nun jede Nacht stricken, bis sie für sich und ihre Kinder genug hatte. Dann verkaufte sie Strümpfe und hatte gut zu leben bis an ihr seliges Ende. Wenn euch das Mädchen gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt hier unten etwas in die Kommentare und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und verliert nie euren Zauber. Bis zum nächsten Mal.